Ja, moin Leute und willkommen zurück hier bei It Takes Two. Wieder mit dabei natürlich der liebe Hiski. Und ja, wir starten wieder rein. No cheating. Was? Ähm. Ach, Mathe. Ach, scheiße. Oh, das ist cool. Äh, zwölf. Äh. Ja, bleib auf der vierstehenden Orten. Äh. Oh, du sagen die Neun. Die Neun, 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 Neun. Ah, cool. Ah, ja. Memory. Oh, Gott. Ja, vielleicht... Ach so. Die drücken. Pfirsich ist oben. Wo ist die Orange? Jetzt nicht da, okay. Hier war die Kirsche. Wo war die Aubergine, die Orange war hier, Banane müsste dann eins von dem, oh Gott, oh mein Gott. Ich glaube du, äh, ah, ich kann nur nach oben und links machen, okay. Jetzt unten, oben rechts, unten rechts, unten links, oben, ja, oh Gott, was für ein Teamwork. Ja, weiter, 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 ah, links, 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 ja, dort, was ist das Wort, wo sind sie 28 da unten? Ja, weiter links, weiter links, und jetzt rechts. Rechts, 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 rechts. Aua! Hä? Die sind doch durch die... Ja, weiß ja, ne, die 22 wurde wohl nicht gezählt, ne? Irgendwie nicht, ne. Hä? Hallo, kann die zweimal zählen? Jetzt, okay. Okay. Okay, man muss immer so auf diesen grünen Kreis. Hm. Kannst du auch alleine schon anfangen, einfach in die Richtung zu gehen, ne? immer. Hä? Oh, die 10 war weiter oben. Ja, war zu nah an der Elftranzen, in Ordnung. So. Danke. Hier kommt 8, 9, so, jetzt fährt hoch, dann will man nur nicht an die 11 kommen. So. 18, 19, 20, 21, da kommt's. Dankeschön. Hoch, hoch. Nein, nein, rechts, 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 rechts. Dankeschön. Ah, zu weit rechts. Zum Kaja. Hä? 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 Wir waren auf der 26, nicht auf der 27. What the fuck? Ja, weiß ich auch nicht. Was soll das denn jetzt? Hä? Das hab ich jetzt aber auch nicht gerafft, irgendwie. Wieso das? Nein, nicht zu weit rechts. Links, 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 links. Danke. Gut, jetzt gezählt die 14? Ja, ja. Wurde gezählt. Das war so ein gründer Kreis, konnte den. Das war so ein gründer Kreis, konnte den. Okay. Okay. Okay, ein Stück Käse. Fliehen wir aus. Ach, ja. Schön. Das hab ich auf den Weg gemacht. Guck. Labyrinth Games. Oh, das sind Spaß. Warum bist du so begeistert? Ah, wenn der Käse drauf ist. Dann? Kommst du? Sehr viel Collaboration. Aber logischerweise, ne? Oh Gott. Ja, jetzt müssen wir... wo gehst du denn hin? Ja, wieso? Der ist doch da in der Mitte ins Loch gefallen. Er musste doch nach links unten, oder nicht? Ja, aber du bist nach oben links gelaufen. Das hat mich irritiert, ne? Also erst mal so und dann... Komm schon. So rechts und jetzt runter. Links. Und oben rechts. Nein! Oh Gott! Ja das wird schwierig Du darfst auch nicht unten stehen dann Am Anfang ist das glaube ich nicht so Weil der dann immer die ganze Zeit unten bleibt Ah! Und jetzt oben rechts Ja, aber da bin ich doch hingelaufen jetzt Ja, aber zu spät Nicht unten bleiben Genau, oben links, oben links, oben links, oben links oben links, oben links, oben links Dankeschön Ja, jetzt lauf ich gleich dahin So Jetzt einfach unten links sein So, erste Hürde geschafft Jetzt wirds schwerer Ja Okay Ja Äh Ja, das wird jetzt nicht Am besten wirklich nur langsam fortbewegen Jetzt haben wir hier ganz viel Spielraum Ganz sanft nach rechts Ah Scheiße Ich bin noch extra noch unten gegangen Noch Ja, aber zu spät wahrscheinlich Na egal Jetzt schaffen wir's Ja, okay Pfff Jetzt hier ist mal einer Hier liegt der ja erstmal safe so Ja, jetzt in die Mitte Jetzt Jetzt geh ich erstmal hier In die Mitte, bitte Mitte, Mitte Danke So Und du? Aber guck mal Der hat schon wieder den Drang da ans Loch Siehst du das auch? Ja Und jetzt? Oben links Sehr schön Ja Ja Siehst du? So Hallo Geht ihr wenigstens noch ihr Käse? Oh Ist so unfair? Hallo? Nein Geht ihr denn nicht hier Käse? Das ist in Ordnung Okay Oh mein Gott Muss schnell sein So, ich muss dann gleich mitspringen oder was? Oh ja, okay Ja Ah das Oh Gott Ich hab das hier Ach schade Ach so Ja, auch so Geht so Ja, hi Hab's natürlich geschafft Easy Beim first try War da, wenn ich jetzt Okay Ah ja, okay Das weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe Wahrscheinlich nicht so Ne, ich glaube es soll auch erst nur einer schaffen So jetzt hier, zack Oder? Mach ich schon Was mach ich damit? Mach ich damit irgendwas? Ne, ich glaube wir müssen beide und ich muss glaube ich den gelben Hebel denn umlegen, oder? Ja Ja, wir müssen Ne, ist vollkommen egal, wir müssen beide auf jeden Fall durch Oh ja, also Genau Einer muss links lang, einer muss rechts lang Ja So In 3 2 1 Und wann sprühen Na, weil er das ist dann Nein Äh, hab ich doch gemacht, Alter Oh, warte mal Ich versuch das noch hinterher zu kommen Ah, wie fies, Alter Jetzt ist sie weg Sorry, das war Okay Das war ich War nicht auf sich Ja, ich Ne Ich glaube Äh Gelb ist wesentlich einfacher als grün Von daher Mach du mal erstmal Du musst erstmal sterben Achso Ja, wenn es sein muss Mach, mach Und dann lauf Dann geh den grünen weg Wie jetzt soll ich gelb gehen? Grün, 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 grün Achso Ach, weil er das ist dann Was? Wie, was? Achso, ja, ich hatte eben aus Versehen nochmal einmal, äh Dings gedrückt, F Ah Ah So Pull my finger, okay 20 minus 8 plus 0 ist 12 Äh 50 minus 19 plus 20 Das ist 49 100 plus 20 Minus 8 Minus 5 Das sind Äh 107 Warte Ich glaube ich muss den drauf stellen Jetzt Okay Äh Ah Okay, ne der andere Grün erstmal Genau Jetzt ist das nämlich umgedreht Ja, jetzt andere, 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 andere Jetzt kann ich genau das gleiche Spiel mit dir auch nämlich machen Nur ist das jetzt eine harte Verzögerung mehr Ja Ich weiß gar nicht, wo muss ich da nochmal hin? Da ran So, jetzt So Sehr schön Das war knapp Du solltest nicht über Steuern drücken War knapp Ahja, das war eben, äh, aus für sehen Ich glaube das müssen wir ausschalten Ja, das ist Oh, neustes Ding, Alter Okay Lol Witzig Witzig Kommt, der ist wie so ein Schurker raus, ey Äh 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 Ich glaube damit machen wir die Grünbälle weg Ja Ah Grünbälle sind weg Jetzt noch die Gel- Ja Die drücken Wow Wow Was für ein Toller Grünbälle Ja Achso, da ist Oh Habe ich gar nicht gesehen Oh Gott, so ein Zeichending Oh Gott Kannst ja eine Zeit was zeichnen, bevor ich das hier mal schaffe Ja Ja Oh, Vogel Meinst du nicht Mövi? Ne, das ist kein Mövi, das ist ein Papagei Hallo, bin da Hallo Guck mal, ich geh jetzt auf den Strich Haaa Was hast du denn da? Achso, weil der Typ gesagt, er hält me out Deswegen dachte ich, ich muss nochmal zurück Oh Gott Äh Wollen wir das Spiel spielen? Die Krokodok Aha Ich fang an Huh, Schwein kraft Und daneben Und daneben Und daneben Hä? Musch draufschlampfen Musch und treffen Schau ihn ab Huh Äh, äh, ist ja hegel auch scheißegal Ja, sie hat dem RNG, wer das Fricher, das ist So, jetzt So, jetzt Langsam wird spannend Ach, scheißegal, ich nehme jetzt einfach den hier hoch Weiß jetzt dran So, jetzt beiß zu Dass wir weiter können Zack Ah, das ist ein Torbojen, okay Is da Loll Irgendwie ist das, ich weiß nicht Ist halt so ne kleine Öffnung, irgendwas Ach Gott oh nein schläger drum was muss man denn jetzt machen muss immer die blauen ball treffen man kann auch immer nur einmal drücken ist das ist auch schon aufgefallen sehr lustig ach es ist auch wieder so ein scheißspiel huch kann ich nicht nur beschlagen doin doin samt scheuert gut ob doch jemand gewinnen wusst muss ich auch nicht es tut mir schon so ein bisschen leid für dich dass du nicht gewinnst das ist das egal mich interessiert das gar nicht tatsächlich frisst frisst die münzen ich war es nicht keine beweise oh mein gott nein oder guck mal fidget spinner oh das ist cool so soll man mehr kontrolle haben ich doch rot blau und gelb so soll es auch auf den boden achten du weißt du wo du fliehen kannst ja wieso das raffe ich jetzt schon wieder ganz wenn du auf die trampoline musst du darauf wieder in die höhe kommst mit links klick hast du dein boost ach so ach so so ist gelb oh so sagen nachdem linke maus ausgedrückt hältst du ne dementsprechend fliegst du außer du springst halt irgendwo ab dann das ist auch schon wieder so ein abgefuckter scheiß ich sehe es schon ach so das ist gar nichts ach komisch geräusch lustig aber cool die seid hier alles voller plastik aber oh gott banan nee pendel oder was naja nein 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 ich auch dankeschön alles bei rose wir haben alles bei rose wir haben wir sind zu raus was auch immer ich hier entlang schaffst du schon mal ich glaub an dich bin ich gestorben sah mir so aus bin ich gestorben so wir kommen komm 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 schaffst du musst du auch das war knapp aber ich war muss auch glück haben ne 저는 ist eigentlich geschafft gone war der weg du warst dran mit am integration Ich bin ja gleich da. Ja, deswegen ja. Hä? Achso. Ja, da bin ich auch ein paar Mal gestorben. Keine Sorge. Wieso macht das Ding Geräusch auf, wo du dich nicht benutzt hast gerade? Ah ja. Sehr schön. Na, dann sind wir da. Ja, Leute, ne? Aber wie es hier weitergeht, das seht ihr jetzt wieder in der nächsten Folge. Wir bedanken uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wie immer alle Infos in der Videobeschreibung. Unter anderem auch den Link zu Hiskis Kanal. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cheerio.